In der One Piece Geschichte sah es eine sehr lange Zeit so aus, als ob Blackbeard das Finale signalisiert und für Ruffy den letzten Gegner darstellt. Nun ist es aber so, die Geschichte wurde in den letzten Jahren so krass ausgebaut, dass Blackbeard auf jeden Fall nicht mehr am Ende der Nahrungskette scheint. Mittlerweile sind es ihm und die von Faisen, die einerseits durch ihre Stärke, aber auch andererseits durch ihre Origin und reine Essenz richtig punkten. Was bedeutet es also für Blackbeards Bestimmung? Ist er jetzt mittlerweile nur noch ein Hindernis auf dem Weg? Oder schreckt hinter seinem Charakter um einiges mehr Eis es scheint? Darum geht es auch im heutigen Video. Von euch wäre es nochmal sehr nice, wenn ihr zum Support ein Abo und Like da lasst. Ansonsten wünsche ich euch selbstverständlich viel Spaß beim Watch. Ob letzter Gegner oder nicht, Blackbeard ist immens wichtig und zumindest bleibt ihr für viele ein Dorn im Auge. Er hatte mittlerweile so gut wie mit jedem zu tun und wahrscheinlich wird das demnächst auch nicht aufhören. Die Geschichte baut schon einen sehr großen Klimax mit ihm auf und das seit einer sehr langen Zeit. Vor dem Timeskip war Blackbeard schon eine echt prominente Person und mit jeder Tat wurde er gefährlicher. Nach dem Timeskip hat sich das Ganze kein wenig geändert. Ganze Gegenteil, er legt immer und immer wieder eine Schippe weiter oben drauf. In kürzester Zeit hat er so viel geschafft, wie gefühlt kein anderer. Im Rockyport-Vorfall hat er die Insel Hachinos übernommen und wurde zu ihrem Herrscher. Er hat sich sogar zu den Kuya-Piraten getraut und wollte Boa Hancocks Teufelskraft. Das Ganze lief zwar nicht wirklich ganz nach Plan, trotzdem hat er Corby mitgenommen. Natürlich hat er aber auch Lore besiegt und dadurch auch seine Rob-Punitiv-Abzüge sich unter die Nagel gerissen. Relativ zeitgleich war auch seine Crew im Big Mom-Territorium und hat sich Pudding geschnappt. Manchmal kamen auch Probleme bei ihm vorbei und haben damit praktisch angeklopft. Und genauso hat Blackbeard in fast einem Tausch zwar Corby verloren, dafür aber im Gegenzug gar bekommen. Die Kirsche obendrauf ist auch natürlich, dass seine Crew nicht mal vor den Fünfweisen Halt macht. Und genauso hat auch Katharina Devon das Ebenbild von Saturn kopieren können. Man muss also definitiv kein Wahrsager sein, um zu prophezeien, dass nicht mal das das letzte war. Bis zum finalen Klimax mit Blackbeard wird noch einiges passieren. Auch wenn man sich das Ganze logischerweise noch nicht so richtig ausmalen kann. Natürlich werden aber auch die ganzen Sachen, die noch kommen werden, das Gesamtbild dahinter nochmal um einiges beeinflussen. Jedenfalls bin ich schon mal der Meinung, dass, wenn wir es übers reine Pay-Off sprechen, dass die Grundpfeiler schon definitiv stehen. Die reine Story-Struktur wiederholt sich. Die Arcs, die vor dem Timeskip da waren, werden nach dem Timeskip mal mehr und mal weniger wiedergespiegelt. Das, was also aktuell mit Blackbeard los ist, ist eindeutig eine Anlehnung an Marineford. Wie sich das Ganze abspielt, steht logischerweise noch irgendwo in den Sternen. Die rein Parallelen sind aber schon da. Eine der ersten Handlungen von Blackbeard vor dem Timeskip war es zum Beispiel Ace zu fangen. Nach dem Timeskip hat er eine ganz ähnliche Situation und zwar mit Corby. In beiden Fällen ist die Prämisse auch eine ganz ähnliche, er wollte was von der Weltregierung. Vor dem Timeskip wollte er zu einem der sieben Samurai werden und nach dem Timeskip wollte er eine eigene Nation gründen und sie anerkannt bekommen. Selbstverständlich ist das alles aber auch keine 1 zu 1 Kopie, es gibt ja auch Unterschiede und Änderungen. Zum Beispiel ist er wie gesagt Garp in seiner Gewalt mittlerweile und die Weltregierung wird auch sehr wahrscheinlich nicht auf seine Drohung eingehen. Blackbeard ist für Imo ein sehr großer Dorn im Auge. Wir haben es genau gesehen, auch sein Bild wurde zerrissen. Auch mal eben davon abgesehen, es gab für Imo ja nicht mal wirklich kostbar. Ganz im Gegenteil, er ist ein D-Member und damit einer seiner natürlichsten Feinde. Wenn also Blackbeard nicht voraussichtlich das bekommt, was er auch wirklich will, wird sich diese Gesamtsituation noch um einiges zuspitzen und es kommt zu der großen Marineford Parallele. Es ist so ziemlich genau das, was Doflamingo damals auf Marineford gesagt hat. Was gut und böse ist, entscheidet im Grunde der Gewinner. Dementsprechend wird also der Welt und auch der gesamten Marine so ein wenig der Spiegel vorgehalten. Damit hätten wir also das Geschehen vor zwei Jahren nur mit vertauschten Rollen, mit den Piraten am längeren Hebel und der Marine, die aktiv werden muss. Es wäre eine enorme Machtdemonstration von Blackbeard, gab es in eine Richtung durchzuziehen. Es würde dementsprechend nicht nur seine Stärke präsentieren, sondern auch klarstellen, dass man ihn ernst nehmen soll. Weil aber gab für die Marine der wahrscheinlich größte Held ist, den sie wahrscheinlich jemals hatten, dürfen sie ihn dementsprechend nicht einfach so sterben lassen. Kein Mensch mehr auf der Welt würde der Marine vertrauen und dementsprechend wäre ihre Stellung auch so ein wenig kaputt. Natürlich hätte das Ganze auch einen richtigen All-Out-Krieg zur Folge, wie gesagt, ganz ähnlich wie bei Marineford und auch jemand wie Ruffy, immerhin ist es sein Opa, würde dementsprechend dort auch nicht fehlen. Bevor es aber wirklich dazu kommt und Ruffy mit Blackbeard clasht, muss doch mal sowas ähnliches mit Shanks passieren und auch er muss an ihn geraten. Es ist auch schon relativ klar, beide Parteien wurden gegenübergestellt und bei einigen weiß man auch schon ganz genau, wer gegen wen kämpft. Das einzige, was uns so ansatzweise fehlt, ist dann natürlich, wann das genau passieren soll. Wegen Odas Jamfester-Nachricht liegt die Vermutung nahe, dass es vielleicht sogar dieses Jahr passiert. Das bedeutet im One Piece-Kontext wahrscheinlich direkt nach Egghead. Aber wenn es hart auf hart kommt, könnte ich mich jetzt persönlich nicht so richtig festsetzen, wie das Ganze auch enden mag. Natürlich darf Blackbeard diesen Kampf einfach nicht verlieren, aber weil so viele neue Storylines geöffnet wurden, Shanks irgendwie genauso wenig. Gehen wir es aber einfach mal rein hypothetisch davon aus, dass Shanks mit einem blauen Auge davon kommt und Blackbeard sozusagen den Kampf gewonnen hat. Ich glaube, so der genaue Kontext im Detail ist für Blackbeards zukünftige Story einfach nicht so richtig relevant. Was definitiv relevant und wichtig ist, ist die Tatsache, dass er gegen Ruffy kämpfen muss und wahrscheinlich auch den Kürzeren zieht. Beide haben sehr viele Parallelen, sind aber auch seit ihrer Einführung unglaublich gegensätzlich. Es wird das große Duell zwischen Licht und Finsternis sein. Ruffy ist der Krieger der Freiheit und Blackbeards Ziel ist es zum König der Welt zu werden, also zum kompletten Gegenteil. Es ist ein Aufeinandertreffen von zwei Idealen und Wertevorstellungen. Hierbei geht es also nicht darum, wer das Stärkere ist, sondern wer seinen Willen durchsetzen kann und ihn seinen Gegner aufzwingt. In Blackbeards Fall ist das nochmal immens wichtig, weil es einfach keine Person ist, die von Grund auf böse war. Wie viele andere Personen hatte auch er wahrscheinlich immens viel Pech. Er hat sich das definitiv nicht ausgesucht, als das komplette Gegenteil von Ruffy geboren zu werden. Während Ruffy nämlich für Sonne, Glück und Zusammenhalt steht, symbolisiert Blackbeard den Mond, Traurigkeit und Einsamkeit. Es ist also immens wichtig, dass Ruffy Blackbeard Verstand einprügelt. Damit will ich nicht sagen, dass er irgendwie besonders gut werden soll. Oder ernsthaft die Seiten wechselt oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber Blackbeard ist von Grund auf kein Charakter, der irgendwo liegen gelassen werden kann. Besonders auch, weil Ruffy seine Gegner einfach nicht umbringt. Es ist halt wirklich nur meine persönliche Auffassung und jeder darf da selbstverständlich komplett anders denken. Aber wenn das Finale wirklich kurz bevor steht, dann wird auch das D nochmal zu einem sehr zentralen Thema. Es ist wirklich der Urfeind der Weltregierung, der älteste Feind von Imo. Wenn sich einer gegen sie auflehnen kann, dann sind das natürlich die Ds. Es ist in gewisser Art und Weise ihre Bestimmung. So wie es die Tenryubito gesagt haben, sind sie der natürliche Feind Gottes. Auch Blackbeard gehört dazu, auch er ist ein D-Member und dazu noch einer der stärksten. Und wie gesagt, damit meine ich nicht, dass er alles über den Haufen wirft und damit Ruffys besser Freund wird oder sowas ähnliches. Ganz im Gegenteil, er hat ja auch nochmal den Vorwand, dass die Weltregierung auch sein größer Feind ist. Denn gerade weil er zum König der Welt werden will, muss er erstmal den bisherigen besiegen. Es ist halt so wie es ist. Der größte Gegner, der bevorsteht, braucht auch die meisten Verbündeten. Besonders auch weil Blackbeard nicht als ein Wegwerfcharakter geschrieben ist, braucht er eine Rolle abseits von seinem Antagonisten-Dasein. Besonders auch nochmal, weil er so lange mit am Start ist, muss er mit im Finale drin sein, auch wenn er selber das Finale nicht wirklich darstellt. Passend zu seinem Charakter müsste er aber wahrscheinlich sowas ähnliches wie ein tragisches Ende nehmen. Denn sind wir ehrlich, nach den ganzen Sachen, die er gemacht hat, würde ein richtiges Happy End irgendwie nicht mehr zu ihm passen. Aber das war halt wirklich sehr weit in die Zukunft mit rein spekuliert. Natürlich kommen in die Geschichte noch ganz viele Twists und Wendungen und am Ende kann das sowieso nicht so in dieser Art und Weise passieren. Trotzdem war das erstmal mein Take zu dieser ganzen Geschichte und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Was hat es eurer Meinung nach alles mit Blackbeard auf sich? Was hält die ganze Zukunft noch für ihn bereit? Ist er eurer Meinung nach ein Hindernis auf den Weg? Oder vielleicht doch der letzte Gegner? Gegen wen wird er euch nach auch alles kämpfen? Und wie werden auch diese Kämpfe ausgehen? Wird er auch seine Endgame-Rolle als ein D.I. nehmen? Oder wird das erst gar nicht dazu kommen? Stimmen unsere Meinungen überein? Oder sagt ihr, das ist alles Quatsch, ihr habt da was Besseres im Kopf? So oder so bin ich selbstverständlich auf eure Kommentare gespannt und lese sie mir nur allzu gerne durch. Das war es aber auch erstmal von mir. Wenn euch das Content gefällt, vergesst nicht ein Abo dazulassen. Auch über euer Like freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch eine sehr schöne Zeit. Ciao!